die alles entscheidende frage ist wie viele lippenstifte braucht frau oder ich glaube die bessere frage ist wie viele lippenstifte möchte frau weil brauchen tun wir sicherlich nur zwei oder drei aber ich mag lippenstifte wirklich sehr gern ja dann fangen wir mal mit diesen ganzen stiften ja ein augenstift gucken wir mal sind gar nicht alle für die lippen sind hier für die augen und das sind jetzt hier sehe ich gerade sind zwei drei vier fünf für die lippen ja gut da kann man ja mal sagen die probiere ich mal aus die verschiedenen sind auch schon so meine farben die nehme ich mal mit dann kommen wir gleich mal zu den pinseln noch die hier in der ja das ist von einer professionellen maskenbildnerin und die mischen die sich dann immer und deshalb eben auch diese vielen vielen lippenpinsel also da kann man sich natürlich auch denn so seine lieblingsfarbe zusammen mischen also ich habe mir vorgenommen dass ich das jetzt wirklich öfters auch mal mache jetzt seht ihr die reihe aufgebaut fangen wir mal mit diesen hier an also das sind so eine lack lippenstifte die nehme ich eigentlich ganz gerne es sind sogar noch nicht mal alle fällt mir gerade ein weil in meiner kosmetiktasche die ich jeden tag mit habe da sind auch noch welche drin aber die nehme ich mit weil die sind wirklich erhalten lange und ist auch eine schöne farbe hier ist ein bisschen heller bisschen rosé farben dann nehme ich aber auch mit hier ist einer der ist das erste modell aber da ist schon der ist schon alter ist fast keine farbe mehr drin der kommt schon mal weg dann ist hier das ist nur so ein lipgloss aber kann man über alle anderen farben dann auch noch mal drüber machen der kommt auch mit ja hier voll die knaller farbe ich weiß nicht wo ich den her habe ob ich mir den mal gekauft habe aber ich glaube der ist ein bisschen sehr knallig soll mal gucken wieder so guck mal seht ihr das also das nehme ich nicht der kommt weg vielleicht verschenken wir den auch und das hier ist so ein leicht orangiger ton nehme ich auch nicht also ist mir zu grell zu orange also ich brauche schon so immer so pink oder so ein bisschen mit blau tonen drin weil ich habe meine farbberatung gemacht und haben wir festgestellt ich bin ein winter typ ja hier das ist auch eine schöne farbe der kommt auch mit auf der falschen seite aufgemacht da sieht man mal dass ich ihn selten benutze aber hier kann man noch mal weiter raus drehen der ist auch noch schön den nehme ich auch mit das gleiche hier noch mal ein bisschen dunkler also auch noch ja der kommt mit und das hier ist aber auch eine farbe die ist es nicht meine farbe der kommt auch weg so dann fangen wir mal anfangen wir mal hier die ganzen macs und der firma mac ich mache die mal auf jetzt seht ihr die farben hier es ist jedoch ein sehr dunkler aber der ist also auch schon ab also hier ist nur noch das plastik und der ist aufgebraucht sozusagen und deshalb kommt er also auch weg der ist zu ende benutzt aber ich glaube nicht von mir so dass hier muss man gucken das ist eigentlich auch so eine ganz schöne farbe ja den nehme ich auch mit so dass hier ein bisschen dunkler auch geht aber auch ins braune und deshalb ist es nicht meine farbe also den würde ich dann vielleicht auch verschenken ich weiß auch schon an wen eine freundin die hat mir so braun töne und das hier ist ein sehr rot müsste ich mal ausprobieren sonst ist er wirklich noch super schön ist ein richtig knaller rot ja lippenstifte brauchen auch eine menge so und hier das ist natürlich absolut meine farbe der kommt auch mit jetzt weiß ich auch das war jetzt gleich mal diese abschminkpads habe ich mir jetzt mal mitgebracht aus dem badezimmer wenn wir die natürlich gleich mal wunderbar benutzen ist ja wie eine parfümerie da macht man das ja auch so also funktioniert so also ihr seht schon hier dafür bräuchte man deshalb habe ich mir wahrscheinlich diese pinsel alle gekauft ist von yves den habe ich mir auch mal gekauft das weiß ich aber er ist eben einfach auch verbraucht und ich habe wirklich dann einfach auch genug und deshalb kommt der also kommt der weg ach nee ist die falsche hülle ja die hölle kommt darauf so also der kommt weg hier ist einer das glaube ich von lang kommen aber der ist auch zu ende gebraucht kommt auch weg mache ich nur den schrank mit voll ja hier ist auch eine tolle farbe aber ist auch zu ende müsste ich dann mit dem lippenpinsel noch mal weil es ist sich mal überlegen ja also den nehme ich auch noch mal mit weil es eine schöne farbe ist und pinsel habe ich ja genug hier das sehen wir ja gleich noch mal ja hier kommt mit schöne farbe ist meine farbe dann hier noch mal das gleiche hier auch ist schon hart an der grenze die farbe so ne ja der hier der ist mir zu rot das ist kein blaustichiges rot und deshalb werde ich ihn verschenken ich weiß auch schon an wen ja hier nochmal pink kommt auch mit hier ist auch ein rot aber der ist auch schon aufgebraucht deshalb kommt er dann weg ja und hier völlig verschmattert verschmiert also wenn ich den nehmen benutzen würde dann sind die finger voll seht ihr jetzt hier schon also der wird jetzt hier auch mal entsorgt und hier der sieht den habe ich ganz viel benutzt und wahrscheinlich auch dafür die lippenpinsel gekauft also der kommt auch weg und hier ist was war mit dem ja auch sehr dunkel also es sind schon sehr viel weniger geworden und die hier kommen alle weg es sind zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 aussortiert das ist doch schon mal was ja und diese ganzen lippenpinsel hier ist noch eine pinkzette drin es sind nicht nur lippenpinsel es sind auch hier ist auch noch ein stift drin für ihr seht da hier sind lippenpinsel benutzt mal aber ansonsten ich weiß nicht wie viele sind ganz viele noch eingepackt das gucke ich mir jetzt hier gleich noch mal in ruhe an ja also das sind jetzt hier das weiß ich das habe ich auch noch mal in Ruhe an jetzt habe ich so ein bisschen so ein goldpuder damit habe ich die mit das habe ich mit diesem pinsel gemacht das nehme ich mit ich weiß gar nicht für was der ist ich glaube vielleicht auch make up muss ich mal gucken hier und das ist auch auf jeden fall so ein puderpinsel der hier auch hier ist sogar noch ein eingepackter den könnte ich mal verschenken der ist von lancome das wäre doch auch noch mal ein schönes geschenk hier das ist noch gut hier sind jetzt noch so dünne und zwei eingepackte lippenpinsel noch und der noch also und hier noch kleine ich glaube die sind auch für lidschatten also diese verschenke ich einfach das sind ja nagelneue noch die hier kommen weg und das sind dann hier sind noch welche drin aber auch benutzt und und verklebt kommen auch weg ja und dann sind es die die übrig bleiben also es ist doch schon sehr viel weniger geworden lippenstifte wirklich sehr gerne und dann bin ich nicht die einzige ich habe letztens gerade einen bericht gelesen über lippenstifte und lippenstift ist das meistgekaufte der meistgekaufte kosmetikartikel und aber ich finde jetzt habe ich hier schon mal ganz gut aussortiert und nehme wirklich nur noch die mit die ich benutzen werde